Jaber, los! Gehts! Die! Ich hoffe nur, dass ich Jage mit Einstein kann, wenn ich sie was... Oh, dass du mir! Wie kommt es schon raus, wenn man hat eine Vorgeschichte? Das ist da! NEIN! Mein Gott, dann tut erhaftet! Neuhalt. Ich bin Ausbilderfot. Überwache. Ah ja. Tipp. Du schaffst es. Du schaffst es. Ja. Voller frei bis jetzt. Fehlerfrei. Und noch kein Nebenfall an. Und noch gar kein Nebenfall an. Magazin hab ich auch keine Hand. Was denn? Fuck. Okay. Okay. Ich tippe wiederholt. X und Y. Wow. Da sudelt das Blut durch. Geiler Scheiß. Na bitte. Schießplatz. Reaktion 2. Munitionskisten aufführen. Das ist auch der Sicherheitsdangst. Zur Zeit ist deine Waffe leer. Oh. Ernst? Erweiß. Lade noch. Trifft du nicht. Laborat. Leben. Aha. Befreien. Eliminiere alle vier... Ich sehe... Aha. Halte für Automatik für R2 gedrückt. Ein rechter Stick. Genau. Ein rechter Stick. Anvisieren. Und dann R2. Ausgezeichnet. Geht beim Nachladen verloren. Oh. Das hab ich mir gar nicht aufgefunden glaube ich. Das ist aber cool. So was möglich. Ja. Was das war. Ich... Zentrum des Ziels treffen. Okay. Ganz große Klasse. Granatentraining. Granatenübungsplatz. Gib mir eine Mission. Wo ist der? Ah da. Okay. Hol sie sich Granaten. L2 und zerstöre alle Ziele gleichzeitig. Werfe Granate. Ach so. Ist zu dämpert. Den... beiden Wurf gedrückt halten. Okay. Geil. Mit Anlauf quasi. Schon gell. Das ist ziemlich cool. Ja das ist... Wahnsinn. Dieser Herr Neuert ist ein... Ich bin ein Experte. Ich hätte es... Ja. Ich hätte es genauso gesagt. Eigentlich. Sollt man das vielleicht mit unserem... Fifa-D-Account? Das hast du ja nicht. Stimmt. Nein. Weil wir kein Ding haben. Plastischen Plus auf dem Ding. Um keinen Verluste zu vermeiden. Jetzt will ich das vorher mögliche Manöver mit den Druckmöglichkeiten zu koordinieren. Holodivers. Drei Hicke gedrückt. Ah das ist einfach ein bisschen geschissen gegangen. Was soll denn auf die Holodivers schießen? Ne. Ich bin gegen den glaube ich. Noch landen. Noch landen. Eier. 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 Du soll ja mit R1 nachschlauen. Das ist das Schwachsinn. Ah... Oh Herr Schießen. Ja das habe ich gesagt. Ah da flieben. Daneben. Daneben. Jetzt langtue. Ach so. Das ist geil. Komisch aber eben. Ja. Ah ja. Eier. L3 Sprinten. Gott sei Dank. Ah. Danke. Das hätte sie ganz am Anfang sagen sollen. Nein. Tapferes davon drauf. Lalalalalala. Gut gemacht. Ja. Fehlerfrei. Ach so. Fehlerfrei. Wahnsinn. zu Boden wirfst. Fick. Okay. Das hätte ich nicht einmal sehen, dass du irgendwie drüber schießt. Aber ich kann mich erinnern, das ist schön. Das ist gut, dass du nicht drüber schießt. Ja, genau. Hüft. Das ist Basistraining abgeschlossen. Okay. Kampfexperten. Nein, ich bin unter Beschützer. Durchkrallt. Ich kann mich echt nicht erinnern, dass wir das schon gut gemacht haben. Lektion 9. Hinten nur eigentlich sich. Aha. Taktik ausrüstern. Das ist nicht irgendwie überschreit. Taktik ausrüstern. L1 und dann aussuchen. Genau, stimmt. Nachschub. Oh, wie rechts. Du guck mal L1 und dann siehst du, was du kannst. Genau, ja. R2 gedrückt. Hinten nur zu körperlicher Desintegration. Glaube ich nicht. Probier's. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wie weit das gegangen ist. Aber ich glaube, die Nachrüstung ist nicht so weit. Luftunterstützung. Okay. Rechts, rechts, rechts. Oh, oh. War nicht so schlecht, hm? Das kann man. Na! Ich hätte mit der dumme Steinsung. Zwei Schritte drauf zulaufen. Das ist eine gute Idee. Fuck. Oh, das geht klar. Oh, Gott sei Dank. Nicht beliebig oft. Okay. Das Munitionsgewerde ist auch nicht beliebig oft, oder? Mhm. Mini-Geschütz. Zuerst nehmen wir die Munition auf. So. Rechts, oh, ich, auf, ich, rechts, links. Alter. Da musst du fast... Du hast zwar mit links angefangen, aber... Du hast das Richtige gewonnen. Ich habe das Richtige gewonnen. Das ist eigentlich gar keine blöde Idee. Generell. Verteidigungsvorrat im Anschlug. Vier. Ich habe noch genug Zeit. Deckung. Bleib in Deckung, bleib in Deckung. Alter, der ist durch. Gut gemacht. Inversiert. Na ja, ich würde fast sagen, ich bin auch Experte mittlerweile. Autoverstärkung. Ah, das war der Fusche, als war vor allem ein anderer Typ, der mit uns mitgebrüht hat, gell? Mhm. Oh. Anfrage bestätigt. Genau, wie man dann darf. Wow. Wow. So, und jetzt, da durch die Tür. Sprinten. Nur mit Sprinten geht das. Richtig. Ah, bald haben wir es geschafft. Ja. Oh, moin, das ist ein Gegner. Ah, das ist ein bald. Das habe ich noch nie so genau angeschickt. Okay, Karte. Ah, genau. Ich kann mich erinnern. Taktikausrüstung, Maschinengewehr. Steht dir frei, Sie anzufordern? Natürlich. Oh, fuck. Okay. Dann aktivieren wir mal dieses Gerät. Ja, das war ein Klassiker. Musiker, liksom. Ex, ich frage die Hände. Ex. Fuck. Ex. Gunstruck. Gunstruck. Aktivieren. Ja, das war's. So haben wir das nächste Zehn. Oh, fuck. Auf und zu, auf und zu, auf und zu. Ja, was? Nein, ich wollte eigentlich da. Oh, ja. Früh oder später muss ich so und so kämpfen. Aber nicht gegen dich. Das ist meine Hoffnung. Da vorne ist was zum Eis holen. Hä? Da musst du hin. Ah, das ist gut gekommen. Wissen schaft. Okay. Nehmen. Bist du jetzt ausgezeichnet? Ja, na, wirklich. Also vorderfrei. Du, ich hab' da vorne gesehen. Ich seh' das schon. Ich seh' das schon. Na doch nicht. Wenn ich wüsste, wo's genau tun soll. Mal hingehen zu dem Dingens. Gut, ja. Ich hab' da vorne gesehen. Ich hab' da vorne gesehen. Das kann ich nicht treffen. Ziellinfone. Das ist der Eingang zu dem tiefen Abgrund, aus dem die Bugs kommen. Vordere die. Okay. Höllenbombe. Ich muss noch mal. Ich hab' da schon nicht geladen. Fuck. Ups. Ich weiß nicht, wie weit ich... Ach, warte. Ernst. Ich muss noch mal. Wie weit ich von der Nux-Höllenbombe weggehen muss. Das... Ah, das ist nicht so wenig. Ah, das ist nicht so wenig. Ah, das ist nicht so wenig. Okay. Du mal ein bisschen Hilfe aktivieren. Wie ist der scheiß Nahkampf gegangen? So. Aber du hast recht. So. Oh, oh. So schön geht das. Ich hab' gedacht, ich muss irgendwas drücken. Ich hab' nicht so wenig drücken. Huch. Wenn ich ja weit hätte nicht springen dürfen. Evakuieren. 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 So. 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 Fahrer hoch, fahrer hoch, fahrer hoch. Ich sehe immer Neil Patrick Harris und die Dina Meyer da. Bugs würden dir scheiß kassen. Starship Troopers. Ich glaube, du kannst X drücken, um beizutreten. Ich bin da. Hey, Stufe 7, sag mal. Beide sogar. Ja, das ist jetzt alles gut. Interessant. Ich glaube, da haben wir sogar unsere Waffen und so weiter noch. Du schaust so aus, als hättest du dich so eingestellt. Ja, das haben wir noch. Geil! Gott sei Dank. Ja, dann. Ja, alter Schwede. Hallo. Warte, ich schaue einmal schnell zur Waffenkammer. Sergeant. Sergeant. Waffen. Peace. Was ist das? Du musst freischalten. Das kann ich, gell? Freischalten, ja. Du hast die Brinker. Ah, ich kann mich erinnern. Das Gerät war so geil. Und ich glaube, ich habe so viel von diesen Taktikausrüstungen tragen, glaube ich recht. Nachschub. Okay, da war ich's. Super. Ich glaube, das war bei Rekord. Und sonst noch was? Oh! Verstärkung. Also, du kannst nicht schnell der Waffen. Ich darf es auf Wiederbeleben, oder? Ja. Okay. Und Extras. Was passiert da? Das sind wir falsch schalten. Geil. Gefällt mir. Oh Gott, in dem Fall muss ich auch schon was ich da so habe. Ja, weil man kann dementsprechend... Ich habe die Liberator. Oh, mit Machete. Ah, Bionet. Da haben wir gleich noch nichts, ja? Und Taktikausrüstung. Ah, Geschütz, genau. Ja. Weniger Geschütz. Geiler Scheiß. Und auch das habe ich. Cool. Läuft. Es läuft. Ich glaube auch. So. Einen Moment mal. Ich bin der Wissenschaftsoffizier. Ich habe mich noch nie gesehen, die Frau. Oh, schon immer da. Das kann man jetzt glauben. Oder auch nicht. Oh, was ist da passiert? Das passiert. Ungefähr vier Jahre. Ja. Wir müssen fortfahren. Überspringen. Wir sind eben aber da gar nichts passiert. Fortfahren. Terror auf Übererde. Was? Das ist kein... Okay. Wahrscheinlich schaut es für die Menschheit nach wie vor schlecht aus. Oh, schon die Cyborgs. Das sind nur rot. Ich glaube es gibt fast keine Cyborgs mehr. Kann ja sein. Dafür fast nur mehr Bugs. Nein, ich glaube das Gelbe sind wir. Das Gelbe sind wir? Mhm. Ich glaube es gibt keine Bugs mehr. Das ist ja enttäuscht. Boah. Das ist eine Darstellung. So viel Text. Ja, es ist unglaublich. Und haben nicht früher mal mehr Leute, was das gefühlt haben? Ich glaube auch, ja. Tausende oder so. Mhm. Was machen wir? Wohin du wirst. Illuminierte immer. Die sind sicher Drogen abhängig hier. So. Lauter substanzielle Bedrohung. So. Ah. Abwurde machen. Ja, 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 ja. So. Einfach die einen und einfach. Man kann sie nicht überspringen oder so. Okay. Was ist das für schwierig? So. Am Anfang war, also sehr, früher war es so das immer leicht auf der Linke. Sehr leicht. Mittel. Anspruchsvoll. Sehr anspruchsvoll. Schwer. Oh. Da brauchen wir einen Höhenrang. Nehmen wir mal. Anspruchsvoll. Zum Einsteigen. Tratz. Ein Vulkanartikel. Umbringen. Energiekern beschaffen. Umbringen. Geil. Mhm. Parken zerstören. Okay. Was soll da schon schief gehen? Kann nicht so schwer sein. Vision 1. Admiral Inagaki. Achso. Du musst irgendwo in diese Pots einladen. Ich bin schon drin. Na. Na. Ich lebe schon wieder. Gott sei Dank. Wir umkreisen Graz. Entscheide. Ja. Ja. Wo du willst. Ich hätte gesagt. Muss ich das machen. Ich kann es nicht. Kannst du irgendwas x drucken? Ich kann eigentlich auch sonst. Aha. Kannst du x drucken? Ja. Okay. Wo gehen wir hin? Da gleich beißt du? Oder um? Zwischen die zwei vielleicht? Ja. Wie? Nein. Okay. Sonst oben rechts. Da du ganz genau beißt. Bestätigen. Oh. Ich nehme die Liberator. Sehr gut. Ah. Da bist du. Ja. Ja. Hihi. Bedeutungsgranaten. Laser. Bitte? Bitte? Ich nehme die Zugang jetzt. Ah. Dann Walker-Exoanzug. Ah. Das war geil. Das heißt. Nachschub. Wollen wir auf jeden Fall haben. Das ist der Granat. Äh. Luftschlag. Luftschlag hat mir auch. Da war ich recht gut. Walker-Texas-Ranger. Und einmal ein Geschütz. Oder Rückschlussrechtsgewehr. Maschinengewehr. Die Mission beginnt. Gleich. Mein Gott. Tiefflieger. Der Tiefflieger war geil. Sieben. Sechs. Ja. Geht sie laut aus. Okay. Du stößt Geschütze auf. Ich hole Munition. Immediately voll. Da geht's. Granate. Anschalten. So klappen. Anspruchsball kann nicht so schwer sein. Das war so schwer. Oder sehr anspruchsvoll. Nicht zielen. Was mit L2. Ah ja. Stimmt. Ja. Das riecht. Ah. Da passiert ab und zu was. Ja. Da kommt es aus. Ja. 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 Da kommt es aus. Ja. Da treffelt man keinen Alarm. Heben sie auf. Woher soll ich auf hin? Ich habe auf. Oh! Hast du eine Granaten-Ottoe gegriffen? Alter! Alter! Nein, ich habe gar nichts gegriffen. Dann hat mich der gegründet. Man lernt ihn. Ich weiß nicht, was er will. Wir haben einen umgebracht. Na bitte. Du musst eine Granaten-Ottoe gegriffen. Hm. Also ein Unfall, oder? Ich weiß nicht, was das heißt. Ah, jetzt. Okay. Das zweite Mal geht's immer leichter. Da eine wieder. Ja, oder? Die Mission beginnt. Krats. Ah, ich weiß es. Klassiker. Was denn? Ich habe mich dort hingestellt, wo das Ding so wegkommen ist. Ah! Ah, das ist auch möglich, ja? Wie gesagt. Klassiker. Eure gedacht. Wie man es so macht. Wie man es so macht. Oh! Oh, da ist noch einer. Wir sind reich. Schau, das ist das Ziel, wo wir eine Mühle müssen. Ich glaube, er kommt ja auf uns zu. Was? Achtung! Warte! Warte! Alter! Oh, der County! Geil! Der hat mich... Der hat mich teppert gemacht. Und mein Haber ist vor allem durchgegangen. Du musst mich wieder vernehmen, bitte. Alter! Da! Das ist ja geil! Ich habe so einen... Vielleicht... Zuerst zum Aufwärmen doch ans Unteranschlussfall. Allerdings weiß kein Mensch, wenn wir da ziehen können. Wir sind einen Schritt weiter. Doch. Weiß nicht. Ah! Ich kann mit. Google. Ja, bitte. Einmal Mittel, hm? Merak. Merak. Oh, im Wort. Im Wort ist immer immer stark. Da fühle ich mich klein. Kannst du anders sein. Eliminiere Ibro-Feinde. Ibro-Medin heißt das. Helplot-Startsequenz evitiert. Auf die Stationen. Ich liebe Ibro-Medianer. Eliminiere 180 Feinde. Nicht Ibro. Entschuldigung. Das ist einmal geil. Du brauchst sonst nichts zu können. Ich darf mir nicht einmal aussuchen, wo wir starten. Wir müssen einfach umgehen. Die Mission beginnen. Vielleicht sollten wir noch eins nehmen. Wir haben ja nicht einmal 180 Munition. Nein. Aber wir können ja Munition anfordern. Okay. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe geil aus. Kannst du irgendwas machen? Nein. Nein. Oh. Irgendwo hat uns schon wieder irgendwer gesehen. Überleben Sie. Überleben Sie. Überleben Sie. Wieso bin ich gestorben? Du müsstest mich bitte wiederbeleben. Okay. Das ist die Überlebenswiederung. Ich hab keine Ahnung. Unten. Das unterste, glaube ich. Und duk dich! Pass auf! So, gut gegangen. Das gefühlte Dürmchen hat sich ausgezogen. Auf jeden Fall. Danke. Oh f**k. Gut gemacht. Alter! Ernsthaft. Du kannst nicht alleine abcida! Du kannst alleine! Nein! Achtung, ich bin unbaut. Also ich möchte ihn wieder vermeiden. Oh. Ohhhhhhhh. Oh jemal 인 qualify! Oh, jemal. Ich weiß nicht, du kriegst eine Munition, wenn du brauchst, gell? Ich wollte ihn noch retten. Das mache ich schon. Ich bin nicht da. Ja, ich habe schon gesehen. Das ist so geil. Oh, f***. Ich bin nicht da. Ja, schon gesehen. Ich habe ihn gekriegt, oder? Jawohl, da hat er explodiert. Hä? Das ging doch hin. Ja, keine Chance mehr gehabt. F***. Oh mein Gott. Aber ich glaube, das ist möglich. Ja. Du bist. Ja. 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 Ich traue mir ja schon kein Dill-Mechel-Stellen, also kein zusätzliches Geschütz, von da dürfen wir uns gar nicht bebergen. Macht auch nichts. Ich habe 76 Leute damit geholt. Nein, es war super, aber es ist riskant. Ich habe jetzt gleich ein Munitions-Pad. Ich hole trotzdem wieder das Ding. Ja bitte, unbedingt. Oder wenn ich es find. Werfen Ausrüstung ab. Wiederhole, werfen Ausrüstung ab. Praktikausrüstung im Anzug. Ich bin zurück, ich bin zurück. Oh, falsch. Und? Ich bin schon da. Ach, das ist so cool. Ja. Danke. Ich bin das Noclan-Noclan. Eher nicht. Ich bin eher Angst, ich sage es. Ich bin auch Angst. F***. Bitte einmal verstärken. Na das Unterste. Oh fuck! Also das mit dem Axis geht nicht funktioniert nicht. Oh, in der Fabrik, gell? Also da ist der eigene die ganze Zeit jeder. Ja, das ist der eigentlich. Bist du da oben? Mhm. Alles wieder? Mhm. Sehr gut. Ich durche nicht mehr vollständig. Hm. Es geht nicht. Der Land. Ich hast alle gefickten, er muss ja nicht besitzen. Bist du da oben? Ja, da oben unten. Wie fühl ich dich? Die kleine Methode. Ich will kurz sagen. Spielst du auf? Fuck. 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 Oh, fuck! Nein! Ja, du lebst! Nicht mehr lang. Nein, nicht mehr lang. Aber, vorbei ist es. Gehen wir vielleicht noch eins da runter zum Starten. Dass wir mal ein Erfolgserlebnis haben. Ja, bitte. Wobei, das ist eh schon einfach vorgesehen. Ja, das war nicht schlecht. Generell sind wir nicht schlecht benannt. Bist du, Deppert? Ich finde es aber cool, dass wir gemeinsam die EPs bekommen. Also, halt. So wie es sein soll. Ja, so ist es. Heeshoe Primus. Bereiche oben. Okay, spring mit Lenschein. Hellpot Startsequenz initiiert. Auf die Stationen. Ich wiederhole. Auf die Stationen. Eigentlich schlecht. Wo starten wir? Drei Mike? Ja. Ich glaube das passt. Zu weit weg. Auf die Zugang laufen müssen wir ja auch nicht. Wegen der anderen Probe-Test vielleicht auch. So ist es. Samstag machen. Da würde ich die Damen fragen, wie es ausschaut. Mit Injustice. Wo wir Zeit haben. Wie sie geschrieben haben wegen... Ah. Wurscht. Ja. Alles in Ordnung. Ähm. Weißt du wohin? Ich habe jetzt nicht mitgeschaut auf der Innenkarte. Doch, doch. Perfekt. Werden der alte Boy Scout. Wir erobern schon. Wenn du das überstehst. Dann triffst du doch was ab. Ich kümmere mich um die anderen Täter. Was ist das für unsere Landtags? Hier hinterher sind wir normal gedeckt. Das ist normal. Normalerweise. Kommen wir. philosophischeовать. Wenn das so ist... Ich hab jetzt... Wow! Was war denn das jetzt? Der hat mir schon ewig angezogen. Ich hab noch alles checkt. Wenn du Zeit hättest, ich bräuchte ein kurzes... Auf und runter. Auf und runter. Anfrage bestätigt. Wow! Gell! Ich bräuchte also Fiennes. Ich hab den Nösten Fiennes-Farke. Okay, ne? Ja, komm, komm her. Na, wo ist der? Sehr gut! So... Achtung, ich hab dir und den Cut. Oh, das ist kein Problem. Das war der Scheiß, kannst du dir erinnern? Nein, du kannst es nicht mehr machen. An die Sprengmittel? Mit dem Menendetektor? Wo ist die Tag? Da in diesem Garten müsste irgendwo sein. Ich bin sicher, dass du erweinig bist. Entschuldigung, oder willst du? Nein, du kannst es nicht mehr machen. Okay. Das ist von mir blöd gegangen. Ich habe meine Minen zu spät. Da muss ich mich reinfließen. Es wird sich schon ausgehen. In dem Fall werfen will... Achtung! Das war's nicht richtig. Tum, ne. Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Das macht es genau. ich bin aber nicht weg. Das ist ein bisschen schissend. Ah, ich bin gut. Da steht die Wingser. Schau, wie oft. Keine Zeit. Eins, bin ich da. Auf der Weg, auf der Weg. Ich hab ihn. Die haben ihn. Lebst du noch? Nein. Oh. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Das ist aber beschissen. Ich glaube, es war ein Datinggut. Ein Geschütz. Ich bin in der Zukunft. Alles klar. Schwere Panzerung. Herzlichen Glückwunsch. Schwere Panzerung und ein Forschungsgrund. Wo kriegen wir diese schwere Panzerung? Wahrscheinlich da. Jetzt verstehst du. Ich hab ihn in der Mittelwüste. Erst beim Profiljörele. Zwei Forschungspunkte. Schwere Panzerung. Ah. Jetzt verstehst du. Du hast noch ein Stoppen-Zielmodul. Kannst du es auswählen. Okay. Das Zielmodul ist schon ziemlich praktisch. Muss man ehrlich sagen. Waffen. Ich hätte nämlich zwei Forschungspunkte zu vergeben, meines Wissens. Aber wir werden teilnehmen. Was ist der Unterschied? 15 Sekunden. 15 Sekunden. 15 Sekunden. Auf die Stationen. Auf die Stationen. Ich glaube, ich nehme für die Welt jetzt. Auf die Stationen. Tatsächlich? Bitte noch nicht bestätigen. Warte mal. Du kannst es nur extra bestätigen. Ja, nein. Ich habe nur 15 Sekunden Zeit nachher. Ich nehme für die Welt jetzt, glaube ich, die schwere Panzerung. Dann habe ich ein bisschen mehr Spielraum, wenn sie mich anschließen, während ich darauf nach Granaten suche. Und Sprinten kannst du damit auch nicht so. Das schon. Aber... Die Mission beginnt. Das hat mir jetzt leider nichts genutzt, der Sprinten. Schauen wir mal. Demokratie ist Leben. Wie poetisch und philosophisch. Na ja. Ich weiß nicht, ob ich das nicht probieren kann. Das ist nicht schön. Aber man merkt schon einen Unterschied bei dem Sprinten. Wow. Huh. Hat er geglaubt. Willst du uns geglauben? Verteidigungsvorrat im Anflug. Was? Was? Ich halte dich hier. Oh fuck. Warte auf, warte auf! Warte auf, warte auf! Oh, alles gesehen. Nur leider habe ich dein Gerät zerstört. Ich habe nichts. Ha! Geil! Der wollte mich nicht auf mich zurück. Was? Ich halte mich hier nicht auf mich. Ist es ein wenn du das? Ich halte mich. Ich halte mich nicht. Ich halte mich hier nicht!!! Ich halte dich nicht hin. Ich halte mich nicht und kann nie. Oh ich das nicht. Oh, ich halte mich nicht hin. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Und mit der Munition. Warte mal. Und? Warte mal, nicht da. Das ist schon wirklich mal. Lauf dann bis da. Warte mal, warte mal kurz. Wo sind wir? Was cool ist? Dann kann ich mich wenigstens auf kämpfen, konzentrieren. Befeind, du hast das Gerät geholt, jetzt aber du... Schnellfunk. Du musst auch nicht auf der falschen Seite sein. Auf der falschen Seite. Du musst jetzt doch eigentlich. Du musst doch hier gehen, aber das ist mir nur auf der falschen Seite. Ich bin sicher, wir kommen hier. Du musst dich auf der falschen Seite sein. Ja, ich bin sicher. Du musst dich auf der falschen Seite sein. Ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher. Oh! Honte nomadrein! Oh, dieu! Ja, das wird schon spannend, das Zipf, ich glaube. Muss man eigentlich nichts tun? Nur mal, das kann ich nicht. Nur noch Sprengmittel. Ach, kacke. Was, da kommt direkt auf dem Wegweg. Okay. Boah. Da bin ich kurz ein bisschen stolz auf mich. Ja, war cool. Muss ich sagen, war cool. Ja. Ach, da bin ich weg. Achtung Bernd, er wollte... Ah, er hat jetzt einfach wieder gesehen. Hat er die schon? Ja, oder? Sehr gut. Gut gemacht, guter Mann. Was macht's, ist recht cool, dass ich da drüber rumlaufe. Das kann so lange nicht draufstecken. Was macht's? Ah, jetzt noch mal was. Ich habe die Probe-Kumpel. Sehr gut. Da bin ich drückt. Oh, 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 da bin ich drückt. Boop, 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 boop. Oh, da bin ich drückt. Geil! Was ist denn er für eine Ballerina? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Drückt schon, drückt schon, drückt schon. Kein Problem mehr. Langer! Dreh ich drücken jetzt. Oh, oh, oh. Okay, ich habe jetzt noch keinen Teil. Dreh, ich nehme an. Und schade es so. Wir leiden sich, dass geht der Brust? Der Brust ist gleich unterwegs mit der Brust. Da ist keiner. Pfft! Evakuierung bestätigt! Schaut in der Reisheit! Ausrüstung in Unternehmung! 1 Minute und 30 Sekunden! Halt! 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 1 Minute! Wahnsinn! Also für den reicht es dann schon! So ist es so! Geweckt er! Ja, er hat es verkopiert! Hinterab stehen! Wir sind Maschinen! Schaut in der Kaffin! Ich weiß nicht nur, wie ich rausgekrampte aus den Hocken! Und wie du eingestimmt bist! Mit X einfach? Was? Halt! Halt! Ich weiß nicht, was ich noch... Oh, ich bin hier. Schon mit Schattenkontrolle. Hier, da bin ich zerglitcht. Ja, genau so. Nice, wirklich cool. Er ist aber wohl richtig cool, da kannst du nichts sagen. Wie cool ist denn der drin? Ja, du verdreißige Wacke-Wiske. Alter geil. Ja, ist kein Kommen. Ich hoffe, die sind nicht mehr bei uns. Krabanne, oder? Ja. 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 Das ist wirklich blöder. Du, bitte. Munition-Card. Ich warte noch nicht im Hang. Ich bin da. Ich bin da. Jetzt bin ich wieder richtig schnell. Oh! Jetzt tut mir die schwarze Paukru. Achtung! Huh! Ich müsste mehr da aufgehen zur Leute. Ich habe die Schwanne hier. Ich habe die Schwanne hier. Ich habe die Schwanne hier. Ich bin ein Schuss. 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 Wer sind die Blackparks? Von wie? Nein, ich nehme schon. Wo ist sie? Wenn du dich nicht übersiehst, weil du auf etwas anderes schaust, der kann dich niemals erwischen. Außer eben, du bist abgelenkt und schaust bei uns. Aha. Da muss irgendwo eingegangen sein. Ah ja, da ist er. Achtung, Bernd! Er wird schon evakuieren. Wo geht's denn hier drauf? Aha, da ist ein Wings drinnen. Das heißt, ich... Der Waffe ist ja auch. Der Waffe ist ja langweilig. Das tut ihm auch nichts. Schaut. Also der Mino-Fall. Ah, jetzt habe ich es gecheckt. Wie macht der Tabra das so schnell? Der wirkt das so schnell. Die sind praktisch auf der Stelle da oben. Mhm. Hinterabstehen, hinterabstehen. Aufrüstung ist unterwegen. Hm, eigentlich gute Idee. Natürlich. Lade nach. Bereithalten, Aufrüstung ist unterwegen. Was war das? Der eigene. Oh ja. Oh ja. Okay, ich hatte nur mal die kurze Erste aufhören. Oh, die Linksreihe. Ich glaube auch. Vielleicht ist das diese Taktik ausrüstung bei ihm. So was noch. T-minus 30 Sekunden! 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 Es." Fünf Sekunden. Schnauze! Schnauze, dritt rein. Anate! Fast hätten wir es gehabt. Also hätten sie mich gehabt. Schießen um zu treffen. Ich muss ehrlich sagen, er macht das richtig geil mit dem Luftschlag nachher. Das dauert mir voll, das muss ich mir auch annehmen. Er macht das wirklich elegant. So, hab ich mich erwischt? Oder nicht? Oder war ich die ganze Zeit? Schnauze! Ja, einmal bin ich schon mal der eigenen Wunder. Ja. Da kann ich nichts dafür. Aber die Mission war relativ einfach. Das war voll einfach, ja. Man muss keine Gegner machen. Pah, ich bin der Präsentation. Aber knapp. Und bei meiner 420 verschossenen Schuss. Es ist egal, was für ein Spiel wir spielen. Ich bin immer materialintensiv unterwegs. Das ist unglaublich. Und ich bin effektiver. Ja. Ein bisschen effektiver als ich, sagen wir so. Oh, EP-Boost. Ja, aber das ist, weil wir die Planeten an Planeten geschaffen haben. Ah, stimmt. Nein, ich freue mich schon so aufs Wildlands. Wildlands. Oh, ja. Der Gang. Der Gang. Mhm. Ratsch. Also, hörbar ist das Liste. Bassen. Bleiben wir in Casio Paya oder gehen wir mal anders hin? Ratscher Landhaus. Frühstücken. 10.30 Uhr. 10.30 Uhr. Okay. Die Tatjana hat natürlich einen eigenen Vorschlag. Und zwar? Sagt 2. Was ist in St. Feind? Das ist gut, wo das ist. Wenn man merkt. Hellpot Startsequenz initiiert! Ja. Initiieren Hellpot Startsequenz! So, erzählen Sie mir! Was ist in St. Feind? Ähm. Eliminieren wir die Feinde. Eliminieren wir die Feinde. Die Mission beginnt! Stimmt ja hecklich, oder? Die Zubachiton hat sich aber nur noch geschlossen. Ah, ganz so cool so. Ja. Ist das Ratscher Landhaus in St. Veit oder was? In der Nähe von Gammlitz. Ah, meine ich das. Also ist das Ratscher Landhaus in St. Veit. Also das St. Veit in der Nähe von Gammlitz ist mir bewusst. Da haben wir schon jetzt auch was erklärt. Ich auch. Er hat ein Foto geschickt. Vorräte im Anschluss. Werfen Ausrüstung ab. Wiederhole. Werfen Ausrüstung ab. Verteidigungsausrüstung. Verteidigungspraktikausrüstung. Kein Anfluss. Der war Peter. Weisst der, wo das Ding war, wo ich stehe. Antrag akzeptiert. Was ist das Geiles? Ich glaube, das sind... Geil. Schau, ich glaube, das ist... Heildinger. Heildinger. Geil. Ob sie wohl noch beide genügend Munition? Ja. Uh, eben umbaut. Hörst du was? Ich kann mich nicht sehen. Geil. Er hat einen Panzerpick. Geil. 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 Er ist so cool. Ich hätte ihn auf der Stelle heiraten, glaube ich. Über die Stufe 30 wäre ich auch so stark. Ich hätte auch einen Panzer, oder? Geil. Das mache ich selber. Geil. Geil. Ja, schau. Das war ein Panzer. Aber danke. Geil. Geil. Ja, das ist ein Panzer. Ich bin völlig nichts. Fuck! Fuck! Dead-up! Dead-up! Oh! Dead-up! Oh! There's Kennen's here. Shields to smiffer! Shields to smiffer! No! Yeah! Cool! My death has destroyed 3. And I don't know where I'm going. Where I'm going. I already have it. I already have it. I already have it. Ready! I'm going to hit the head. 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 I don't know where I'm going. And do we need to hit the head. He's down red. It's worth it left me now. Ich glaube schon, dass das so in dem Gericht kommt. Ich glaube schon, dass das so in dem Gericht kommt. Ich glaube, ich bin... Und so... Fuck, Björn... Wurst. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Dann kommt das Elberte Schaden... Okay! Ich hab du schiff... Gäh... das geht nicht so Die ist von einem Mädchen Also für mich, es könnte alle sterben Ihr? Wann kommt das da über die Schaden? 24 Ah ja, das ist im Sinn 25 Ah Oh fuck, drin zu mir F***er Schade kommt, Schade kommt Oh man Nur mal einstein, nur mal einstein Dann ist es ruhig. Komm, mein Freund, jetzt hat er nichts mehr da sein. Du musst überlegen. Wir brauchen nur 180. Ja, und dann kommt das Ding dazu. Wenn man das Deputy Shuttle früher holen könnte. Magst du eins? Nein, danke. Wasser oder irgendwas anderes? Wasser würde ich drinnen. Stößt du ein dazwischen? Wenn du das Deputy Shuttle dazwischen früher rufen könntest, kommst du dann meist auf den Pilz? Ja, eh. Ich bin nur einmal geschlafen. Ich tue zwar dreimal, eher viermal. Ja, aber ich habe ja auch 20 Minuten. Ja. Na ja. Geil. Das ist nicht schlecht. Sehr gut. Das ist eine gute Statistik. So viel hat er getan. Ja, bei ihm ist es wichtig, weil er kann uns sofort teilnehmen. Und das tut schon was. Außerdem hat er 90% Präzision. Aber das heißt überhaupt nichts mit der Präzision, weil du steigst auch mal in den Exosuit ein. Und, warte mal. Ah ja, stimmt. Hellpot. Starten. Du steigst einmal in das Gerät ein. Geil. Oben? Ich habe gesagt da gleich. Okay. Und wieder mein Laserzielmodul. Ja. So. Schau, weil ja die Trident hat er immer jetzt die gleiche Waffen gehabt. Ist dir das aufgefallen? Weil ich glaube, die Waffen haben wir doch auch schon freigeschalten, oder? Mhm. Zufall. Gibt's. Was denn? Der Tag der Freiheit wird am 26. Oktober gefeiert. Ah ja. Geil. Das war das letzte Mal auch schon so. Und ich habe gedacht, dass das ein guter Fehler gibt. Wie bei uns daheim. Hast du jetzt gleich ein Ding? Also die gute Throne, oder? Mhm. Cool. Vorräte. Vorräte. Weil das vierte, was ich sonst immer brauche, benutze ich nie. Also nehme ich sowas. Alter, das ist immer der Overhammer. Hier. Ich glaube, ich spinne, Alter. Nur leider vorher auf der falschen Seite. Ach, nein. Aha. Er schlägt aus, dann schläge ich auch aus. Er schlägt ein, dann fahre ich mich wieder mit. Hey! Kann auch nicht los von der Niederland-Richt, ey. Und das wird mir nicht gleich gut. Was passiert da? Einsetzen. Ich kümmere mich daran. Ich glaube, die sind gegen uns die besten Ecke passiert. Ich erinnere mich gleich. Ich bin mit mir geklärt. Du bist gut. Nein, das sind die einfachen Auge. Ich nehme zu mir. Du bist so. Du bist glücklich. Du bist gut. 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 Also der Panzer ist ein Hammer. Hinweise können mit dem Einstellungsmodell abgeschabelt werden. Halt! Das ist voll klasse. Voll geil. Ich glaube ich spinne. Das ist grandios. Wir hätten das Spiel vielleicht doch mal bei dem Spiel zurück. Ja, das stimmt. Direkt shoppen. Ich kann ruhig da rum. Das ist der gleiche wie vorher. Ich gehe jetzt ans Geschütz, Bernd. Ganz sicher. Wow! Oh! Schlagst du aus? Selber. Ach, das ist geil. Ah, ich kann auch nach vorne schießen. Du bist oben auf. Da kannst du in jede Richtung schießen. Jaja, jetzt habe ich gedacht. Oh fuck, ist das bitter. Ah, ich glaube wir müssen da hin. Oh, ich bin unter die Räder gekommen. Aktuell verteidigt. Ausrüstung ist unser Weg. Die Räder. Entsch defence gouden Denig. Noch mehr. In Mision. Alomsoweise malhole. Dann geht's mal. Ich gehe zu Ende. Geil! Das ist ja immer in Bứcste. Das war deine Abimaszion. Untertitelung im Auftrag des ZDF. da und 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 Ich weiß nicht, was er tut. Ich weiß nicht, was er tut. Da gibt es jetzt großartig, dass ich nachher hinbekomme. Ja, dann steige ich rein. Nein, das stimmt. Ich bin auf der falschen Seite am stehen. Das macht nichts. Die falsche Seite kann auch auf einmal die richtige Seite nicht haben. Ja, das ist es auch. Nein. Fuck. Nein. Kann ich nicht verkehrt fahren? Machen das nichts? Habe ich noch, ist nur Vorschlag. Ich glaube, da geht es nicht durch. Das wird eingreifen, ja. Ne, Tobi! Und da sind wir. Ah, das ist noch Wasser. Nein, das habe ich mir gedacht. Ich denke schon. Ich decke die linke. Er macht das auch gut, weil er extra wartet und so. Es ist sehr angenehm, muss ich ehrlich sagen. Mit ihm. Er läuft da nicht einfach so durch und schießt. Das ist richtig lustig mit ihm. Muss ich auch sagen. Vielleicht ist es das hier. Fuck! Äh, nein. Hat mir gedacht. Machst du? So. Ah, verdammt. Der Schützturm aufgestellt. Sehr gut. Sehr gut. Aufrüstung ist unterwegs. Was ist die Öffnung? Äh, nur die Klinge. Alter, geil. Ich habe das Gerät in der Luft durchschossen. Ich bin so ein Badass. Das ist ein Wahnsinn. Das Geschützkörper beginnt nichts mit L2-Morden. Krass. Das Geschützkörper beginnt nichts mit L2-Morden. Oh, das Geschützkörper wegenslernen mit L2-Morden. Aber ihr wisst schon, dass das... Das ist das, dass das... Das ist das, das ist das, das ist das... Das ist das, 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 das ist das. Sauber. Der war geil, ja? Was hast du denn? Der steigt schon aus. Der steigt schon aus. Ich bin auch schon draußen. Oh, schau, mein, er ist ein Fuchs, dass sein Gerät nicht kaputt wird, weil er einfach cool ist. Er bleibt seinem Prinzipien treu. Echt, er ist so cool. Der Habra kackt sich eislich. Sensationell. Aber es ist gut gegangen. Aber es ist jetzt schon die nächstschwierdere Ding gewesen. Ja, ich weiß nicht, mit so einem Panzer. So. Ja. Aber... Haben wir schon gut gespielt, geht's auch Arktisch. Oh, ho, 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 ho. Gut, das war jetzt wirklich der Panzer. Was wir sagen? Feenrecht. Arktisch, Arktisch. Irgendein Pounder, das ist das gut, nicht? Ja. Irgendwie hat er so Forschungspunkt. Arktisch, Arktisch, Arktisch. Und dann Forschungspunkt. Drei schon. Schau, die ist auch noch gar nicht ganz normal als nächsten. Wahnsinn. Ja, dann hat er noch 72 Goldpunkte. Ja. Wir haben mehr Racken, Robert. Super, Erde. Nein, Milano. Held des Sektors. Das war ziemlich cool, oder? Ich bin Fehler. Ich bin Held des Sektors! Nein, da... Ja, und da ist Gewandwitz, oder? Nein, eben nicht. Jawohl, wenn du es anklickst. Genau. Und da ist es aktisch. Nein, da bleiben wir gleich. Nein, da gibt es nichts besseres. Cooler als zerrissen gibt es. Dabei haben schon die Incredibles gesagt. Keine Capes. Ich glaube, die ist ja... Zwei Punkte, oder? Ich glaube, mir fällt mir mein Arme auf. Aber warten Sie... Ah, er hat schon was ausgewählt. Ja, sauber. Viel ist mir kein... Ah, das war halt auch mal nicht schlecht, für die Bofen. Ich brauche die nicht. Oder du kriegst irgendwann noch eine zweite Pistolen, glaubst du? Ich glaube nicht, aber ich brauche die nicht. Das ist die, die er hat. So. So. Wo sich eigentlich... Ah, jetzt der Forschungspunkt. Was machen wir? Oh. 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 So hat die Mission abgebrochen. Oh je. Schade. Jetzt müssen wir so warten. Verdammt. Okay. Kassio Payer weiter. Da kennen wir jetzt die Gänger schon. Mhm. So. Ja. Anspruchsvoll. Graz. Da war ja was. Hellpod. Sehr schott. Voll lustig mit dem. Das muss ich wirklich sagen. Mhm. Auf die Stationen. So. Wie wäre es, wenn wir da starten? Oh, oh. Dann haben wir viel Zeit in irgendwelche Patholien zu dürfen. Ja. Gesundheit. Die Mission beginnt. Ich werde sie ausrichten. Danke. Ist der Arminage schon in England ein? Wo ist er eigentlich? Ich glaube nicht. Ich habe das Brudel angeschaut, was er da findet. Aber. Ich. Das. Da haben wir uns einmal super geändert. Ich. Ich auch. Passagiere vorbereiten. Oh. Ich glaube irgendwas ist mit dem Flug. Passt nicht ganz bei ihm. Keine Ahnung. Okay. Hast du schon was cool oder was? Oder warum passt super? Du bleibst auf der Seite von dem Hügel, ich auf der unteren Seite. Uh. Cool. Das klasse ist, da kann ich mich hinstellen. Da kommt der Fahrer. Okay. Abweizen. Abweizen. Abweizen zuerst? Was heißt zuerst? Na ja. Wir hätten auch nach rechts gehen können. Ach so. Oh. Feuer macht nicht. Und Feuer ist... ...nicht ideal. Ah, da ist so eine Backhöhle. Ist das so zu stören? Tagebeth. Was. Ist das so zu bes Kristoff? Ist das so zu spät? Das ist es nicht so. engreben. Beheuer. Folge. Und einmal. TTIP. 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 Baffeln. Ich bin nicht einmal. So, ich bin nicht daneben. Oh, das ist ein bisschen weggekehrt. Nein! In dem Moment! In dem Moment! In 7 Sekunden war das die Parkherz gestellt. Wir haben da die Höllenbogen, oder wie auch immer sie heißt, extra. Ich denke, dass ich relativ viel Präzision habe, obwohl ich mit der Schadgang reingehe. Ich wollte damit, dass du trotzdem in jedem Schuss griffst. Das stimmt. Irgendwo. Du musst erwischen. So, nur mit Alkohol, nicht hinterher. Ach so. Hier sind wir alles so... Luxus. Bereit halten! Aufrüstung ist unterwegs! Wie geht davon aus, dass die Trotzin kommt? Ich... Nein. Oh, hinter dem Hügel und keinem bekannt. Ich habe jetzt gerade mein Munitionsvorratsgerät in der Hand, gell? Nur, dass du Bescheid weißt. Und ich... Ich zünde dann gleich die Barke. Also die Höllenbogen. Oh, die Hügelbogen. Oh! Das gibt wieder Punkte. Ausrüstung ist unterwegs. Verteidigungspaktik aus dem Auto ist hier. Ich bin unter Einfluss. Ich bin unter feindlichen Einfluss. Ja. Da braucht wohl... Fuck! Ich bin dort! Ja. Ist der gerade genadelt? Der eine Wichser ist... Ja. Zufall ich genadelt sind kann. Bestes Pech! Der hat das gut erwischt. Eieieieiei! Ich habe die Ladezeiten noch nicht dahin müssen. Das haben wir auch... Stark! Null Eliminierungen. Ich habe nicht einmal einen Schuss angegeben. Dann ist alles klar. Da kann nichts gehen. Auf die Stationen. Ich wiederhole. Auf die Stationen. Die Mission beginnt. Braker. Ja, sehr bitter. Sehr bitter. Nein. 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 Luftschläge werden immer sinnvoll zu deinem Luft abgegeben. Was immer das heißt. Ja. Sie kommen noch nicht von der Seite. Der Luftschlag. Bereit halten. Ausrüstung ist unterwegs. Hast du jetzt schon die Ausrüstung geworfen? Oh nein. Ich drücke immer nur die Träume auf. Warte mal. Wie kann das Bob rechnen? Irgendwie ist das gar nicht. Guck mal. Sehr gut, oder? Dann fetzt das anders. Ich tu die Hörlen-Boom ein. Ich glaube, es ist tot. Bin mir auch nicht sicher. Das Gerät. Wenn du es erwischt hast du den Testgerät. Und in 20 Sekunden hast du ja explodiert. Dann fuhren. Beteiligungsausrüstung, fuhren! Beteiligungsausrüstung, fuhren! Beteiligung! 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 3 Sekunden bis zu oben, nicht nach rechts gehen. Der hat nicht das gemacht, was ich kaufte, was ich mache. 15 Sekunden noch. 24 Sekunden noch. Höllenbohm. Fuck, du Wichser! Töte ihn, töte ihn, rechts von dir! Oder sie alle. Geht's erst. Ich weiß nicht, was ich möchte, damit das Gerät zu steig wird. Ich muss hier ganz ehrlich sein. Achtung! Steig! 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 Kommt weg! Danke! Achtung! Hora! Danke! So, oprimos el normal. Vielleicht musst du da werfen. Oh, fuck! Ich bin ein... ...Monder. Ich bitte vielmals zum Verzeihren. Wer ist das? 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 Ich bin tot. Ich bin tot... Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin mir mittlerweile nicht sicher, ob es überhaupt so geht. Ich bin mir mittlerweile nicht sicher, ob es überhaupt so geht. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch mehr ist. Der Kollege. E17. Ich glaube, ich spinne, du dumme Sau. Geil, er hat so ein Gerät. Warte mal, ich habe es aktiviert, ich habe es aktiviert, es macht kein Boom, es macht kein Boom. Ich habe gedacht, der explodiert vor allem dann. Aber nein, wenn er Zeit hat... Vielleicht auch gar nicht. Ach so, das ist möglich, ja. Lass mich nicht. Interнологieren. Man ist es wichtig. Verstehe ich was. Man ist wirklich nicht Ihr Scars. Man ist es im Schuss zu้amer. Entschuldigung? Anfrage versteht sich! Was ist denn der Kollege? Absurdest du dich oder? Nöööö. Boah, der hat ja nicht immer geliebt. Das war... Das war halt nicht. Der letzte. Die Wahnkasten sagt, wenn die Zeit runtergelaufen ist. Dann kommt sie runter und dann kannst du sagen, grüß. Parken zuerst. Sehr gut. Ach, der wird vom Feierabend. Was ist da was? Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Alter Schwede! Anspruchsvoll, ja? Auch umgebracht haben wir den Weg auch noch nicht, gell? Ich bin nicht. Ich beschaffe den Energiekern. Ich habe den Energiekern. Ah, du Tietrug. Okay, hat irgendeiner vorlaufen, der eine gescheite Waffen hat? Ich meine, ich meine... Au, au, au. Verteidigungsvorrat im Handlung. Fuck. Ich glaube, das soll jetzt fallen. Na gut. Gut gemacht. Du hast mir gerade geschlagen gehört. Bitte auf Rettung, Rettung! Und weggehen von dort. Du musst was schießen. Wie? Da tut es uns. Anfrage bestätigt! Davros! Eine Person verbreitet! Davros! Was für jetzt? Oh, was für jetzt? Ich kann nicht mehr die Kuss anrufen. Ich kann nicht mehr das Kuss anrufen. Aber es war Kacke! Achten, Bernd! Wir müssen die Pfeifen aufnehmen. Ich probiere nicht mehr in das Vorfahren. Was? Tut mir so vor mir. Und doch mal. Was? Lade nach! Negativ! Schrei! Na, ich bin... Gedeppt, gut. Achtung, das ist der Teppete! Uh, das ist geil! Irgendjemand muss mich retten übrigens, auch zwischenzeitlich dann. Was das cool ist. Yes! Ich bin auf und auf? Ja. Welche Waffe. Regieraate. Garte! Waffe! Komm! Jetzt habe ich direkt auf einen Fortschritt geschaut. Huch, klick ich ab. Evakuierung bestätigt. Shuttle im Anflug. Ich glaube, ich habe bestätigt. Wieso? Ah, der andere. Okay. Okay. Das ist aber nichts. Ein Mödi, ja. Jetzt haben wir ein Mödi. Ein Laufenschein, E-Minus, eine Minute. 5 Sekunden. Oh, psychisch. Oh, f**k! Woah! Oh... Achten die Fans, aber... Ah, dann mal explodiert's noch alles wieder. Woo, gern! Zehn Sekunden... Acht... Acht... Hast du ihn heilen, Schnapp? Soll ich jetzt reinsteigen? Dann müsstest du bitte aussteigen. Wieso, sollst du einfach rein? Er ist dort. Macht nichts. Nein, er kann nicht aussehen. Ich bin jetzt reinsteigen, kann nicht mehr aussehen. Soja, du musst nur irgendwas drucken. Ich hab probiert mit X, ist nicht egal. Er ist ja nicht gerade vorgestorben, nämlich. Aber offensichtlich ist das wurscht. Ich hab's nicht. Für den Tempel. Naja... Na, fragt man jetzt. Wenn einer da ist, dann... Überquierung, wenn er so nicht überquiert... Hahaha... Was sagst du jetzt? Er ist ja schon mal zu weit vorne. Naja, trotz dann... Verwundet. Er wird zu liegen. Hm... Hellpot betreten. Hellpot startsequenz initiiert. Auf die Stationen. Ich wiederhole. Auf die Stationen. Umbringen, Ölförderanlage aktivieren, Energiekampen schaffen. Und was mit Evoqueen? Mit Evoqueen steht da nichts. Wir brauchen kein Evoqueen. Auto-Injektor. Vision beginnt. Geil! Oh, seit wer ist ja der Geileres. Ein bisschen wie deins, nur in Menglich. Nein. Findest du nicht? Jawohl. Ich find das schon ziemlich scharf. Und jetzt ist ja auch nicht so ein Tag mehr voll. X. Schienenkanonenschlage. Geil! Wie einfach. Ich bin ein Kurier. Ausrüstung ist unter Weg. Ausrüstung ab. Ausrüstung ab. Ausrüstung ist unter Weg. Aber wieso stehst du davon? Anfrage bestätigt. Filter und Schiff. Nicht voll richtig. Ich kann dir sagen, ich kann mir das nicht hundertprozentig aussuchen, wenn ich schieße. Ja. No! Was sucht? Achter, 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 achter. Achtung, Bernd. Ich kann nichts tun. Also. Geil! Wenn du zwei Schriek kriegst, bist du auch offensichtlich auch dort. Wuh! Wir kommen vor, du wirst nicht nur gebetet und läufst planlos herum. Nein, du läufst gezielt auf den nächsten Abgrund zu. Schimmel. Ziemlich geil. Fünf Eliminierungen, bitte. Null Unfälle. Warte. Null Unfälle. Warte, warte, warte. Wie wurde das? Nein, du warte, ich hab' gesehen. Es wurde nur Unfälle gehabt. Es kann nicht jeder von uns hier sagen. Das stimmt! Wir starten trotzdem. Ich denke, das ist der richtige Weg. Was soll der Atom-Vektor machen? Der injiziert etwas automatisch. Nimm mir Schlag her. Hoffe ich halt. So. Schott. Ich muss auch hier heben. Na. 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 Seppst du noch? Nein. Jetzt sind wir nicht mehr. Oh, aber wieder. Das ist offensichtlich. as ach dass du Schiffen! Werfe Granate! Werfe Granate! Unter Beschuss. Gefick dich! Andere Gartier, Praktikausrüstung. Die Deku! Ja! Echt mal? Das ist um die Schütztumme rauszuleiten. So, gut. Jetzt muss man was machen. Was macht er? Sehr gut. Benut? Ja! Auf Wiedersehen. So, wo geht es hin? Aufgenommen. In dieses verseuchte Gebiet. Was? Irgendwas anfordern. Nachschub aufstocken. Ich glaube, ich habe dann gerade Nachschub gegeben. Das war's geschafft. Okay. Ich kann aber nicht vorhanden. Geh! Ich bin auch gleich da. 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 Bist nicht. Und in dem Moment, wo ich rausgehe, schießt er. Das ist so schön. Wo sind wir? Wir wollen jetzt durchdressen? Oh. Oh. So, wo geht's hin? Vorher nach rechts oben, gell? Wenn ich das richtig sehe. Wo ist da noch keiner? Oh. Mein Gott. Super. Das ist eine Kacke. Eine Kacke! Das ist eine Kacke. Ja, ja. Das ist eine Kacke. 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 Ich habe den Kacke, mein Freund. Ich habe den Kacke. Ich habe den Kacke. Das ist eine Kacke. Das ist eine Kacke. Das ist eine Kacke. Das ist eine Kacke. Oh, wo ist denn der Doku-Doku-Doku-Doku-Doku-Doku? Aha. Das ist mir nicht hundertprozentig klar. Eigentlich würde ich wohl so sein. Wie kommt das denn? Ja, die Kartenbezug. Aber wenn du große Fragezeichen hast wohl... Vielleicht ist es da. In dem Gebiet eben doch. Na, Mudi, da ist es nicht. Ich denke, ich werde das jetzt. Ich denke, ich werde das nicht. 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 Ich denke, ich werde es nicht hoffen. Ja, danke. 思春 mit dem Lade nach! Lade nach! Bereithalten! Ausrüstung ist der Weg! Du hast den Ausrüstung gekürt? Nichts, aber nein. Also. Decken, Decken, Decken! Was ist da passiert? Oh, oh, oh! Jetzt können wir nicht da rein! Du musst hören! Nein! Irgendwas... Irgendwer hat der Schluss gut! Wenn die Scheißdinger da endlich weggehen, dann hätte ich diese... Einstellung! Hinweis anzeigen! Nein! Passt! Das ist eine Vollkacke! Oh! Muss ich machen! Ja! Ja! Das ist traurig! Die Mauer war genau gut, wo ich... Ja! Da haben wir uns jetzt ein bisschen rein drängen lassen, Leila! Das war eine Kacke da in der Mach! Mhm! Oh! Boah! E.B. hat es geschnitten! Ah! Der Mundi ist weg! Das ist ein Bäch! Oh! So! Und Startsequenz initiiert! Auf die Stationen! Ich wiederhören! Auf die Stationen! Okay! Okay! Ich fahre jetzt schon! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin in Form! Ich bin bereit! Ich bin in Form! leave! Ich bin bereit! Ich bin nicht eingef aan shelf! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit, ich bin bereit! Überleben, 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 überleben. Ich muss schon sagen, rette mich. Ich habe gedacht, du willst nicht sterben. Achtung. Warte. Werfen ausrüstung ab. Widerholen. Werfen ausrüstung ab. Du musst du jetzt beide kriegen? Nein. Ich bin ankommen. Du musst beide kriegen. Du musst zwölf im Magazin schon. Ja, wir kriegen immer sechse. Ja, wie hab ich keinen kriegt. Sehr ärgerlich. Eine Probe. Lass noch. Lass noch. Lass noch. Lass noch. Brauche ich eine Tür. Kannst du nicht wegziehen. Ich habe es sogar abgebaut. Es ist ja unendlich lang und so. Kein Problem. Klär dein Know-how, wenn wir es wirklich brauchen. Halt. Halt. Nein. Das ist so komisch. Vorräte im Anschluss. Wo gehen wir nur auf mich? Oh. Sehr schön. Ich würde immer wieder anrufen. Na, da ist es zweitens. Ah, du hast es so gemacht. Wem ist nur noch nicht mehr? Hier habe ich gesagt. So will ich das in den letzten Venn. Ich mache mich. Das ist jetzt auch nicht wahr. Das war doch andere. Oh, f**k! Gut gegangen! Während das war... Statt! Geil! Äh... Ich war grüßen Obitzer! Moment! Ich bin zu weg! Scheiß Mauer! Ich konnte nicht reichen! Was? Du hast die Kamera zurück! Die Flory! Jetzt fuhren mein Schirm, sonst bist du wieder weg! Wollen wir nur mal laufen? Okay... F**k! Ich hab da einen geschützten Heber! Bluff! Bluff! Ich bin das! Ich bin das! Ich bin das! Sie hat einen Schirm! Du kannst so zählen! Aus den Schirm! Dein Schirm! Der ist schirmt! Ich bin da. Und... Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. In den Schirm! Achtung, ich bin jetzt am Halt. Ich dachte, Bengo-Primationen sind so als Kacke. Achtung! Okay, Gott, ich kümmere mich darum. Kannst du vielleicht was aufstehen bei dir? Check out! Verteidigungsvorrat im Anflug! Stimmt! Fuck! Uh, das war's! Jetzt wird's leichter. Außer die Mauer ist blöd. Oh, der war geil! Den hab ich gut gemacht, den hab ich ganz gut gemacht! Yes! Rechts ist übrigens noch ein Sandbernd. Ah, linksbernd, entschuldigen. Plätze. Dann hol ich mich mal. Ja! Fertig! Oh, hinten runter rein, ha! So, Achtung, müssen wir überhaupt nicht. Ich hab keine Ahnung. Oder Rade. Hast du ein bisschen Stumpan? Du nicht? Und schon mal vor. Fuck! Na, das kann ich doch nicht. Ich hab doch nicht so viel... Achtung! Die Vakierung will tätig. Das hat durchschliess Kuss geschissen. Ja, was? Ich werde ungefähr mein Exo-Gerät fertig bauen. Hu! Hier kommen wir rein. Ich komme rein in mein Exo-Gerät. Achtung! 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 Was ist die überhaupt? Ich muss nichts haben, mehr K.I. momentan nicht. Yes! War nicht gut! Achtung, was auch, du stehst wieder blöd! Luftschlag, Luftschlag, Luftschlag! Ich glaube ich spinn. Das kann ich nicht sein. Ich habe nicht mehr ausweichen können. Das kann nicht sein. Aber nicht schlecht. Einfach voll gut. Nicht einmal sieben Minuten. Aber jetzt waren wir richtig stark. Das muss man schon sagen. Ja, da ist etwas gegangen. Du hast einen Unfall. Ich hatte einen Unfall. Auf die Station. Ich wiederhole. Auf die Station. Ich glaube, da ist alles gut, oder? Diese Stammel. Aber dann nehme ich jetzt statt dem Luftschlag. Ah, die Sturzflugbombe. Ich kann mich erinnern. Die war geil. Oder bei so einem Tiefflagerangriff. Oder Sturzflugbombe. Nehmen wir die Sturzflugbombe. Die Mission beginnt. Weil der Luftschlag, der hat mir jetzt... Ich habe da mit ein bisschen... Bisschen mehr Power gerechnet. Ja, vielleicht sind wir noch nicht so gut. Ja, der ist sicher. Halt, hast du die Drohne weg, dann? Ja. Dabei finde ich dich gar nicht so schlecht, oder? Aha. Der macht mich früher aus, dass er ein bisschen weiter scannen kann. Ja, das ist auch nicht schlecht. Jetzt kennen wir das schon ganz ehrlich. Das stimmt. Nachdem man die überhaupt auswendig kennen mittlerweile. So. Und der steht da. Achtung. Ich glaub ich spende, Alter. Ich wollte genau die... Du kannst deine Kugel übrigens wegschießen. Ach, cool. Du kannst deine Kugel übrigens wegschießen. Ach, cool. Du kannst deine Kugel wegschießen. Ach, cool. Oh, du kannst deine Kugel wegschießen. Ach, cool. Du kannst deine Kugel wegschießen. Ich hab's nicht gedacht, dass das eng wird. Nachdem der immer enger, immer schneller gekommen ist jetzt. Ich wollte genau die... meine Sturzflugbombe auf ihn werfen. Weil nein. Sturzflugbombe. Für das habe ich es ja. Leider nein. Ja. Ah, jetzt. Das ist... Hier Kugel. Wie viel Kugel? Ja. Ich wiederhole. Auf die Stationen. Das war richtig gut. Schleicht, oder? Die Mission beginnt. Die Windikator Sturzflugbombe. Cool. So ganz alles noch nicht durchblickt, was da irgendwie passieren muss. Aber bitte. Ach, das ist doch alle Frage. Das war nicht so. Nein, klar. Wir sind die Guten und alle anderen sind sicher Böse. Ja, wo ist er jetzt? Ja, in Richtung. Das ist ja der Typ gekommen. Leider kann den keiner umbringen. Ja, er und dann. Das stimmt. Uh, das ist bitter. Wieso ist der Typ nicht da? Der kommt nachher genau dann, wenn es nur wenigsten braucht. Das stimmt. Naja. Ja, das stimmt. Da ist doch, da kommt gleich. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Du hast zwar einen guten Plan und dann... Wie gesagt, da gehen wir mal nicht weiter rum. Ja. So, der kommt auch für uns durch, der kommt. Ja, der hat uns gesehen. Oh, den mach ich gleich. Da komm! Oh, der da war doch nicht. Eine Probe. Ich bin zum äußersten bereit. Eine Probe. Eine Probe. So. Okay, dann geht's noch mal. Achtung! Hast du eine Knappel in die Knappel? Nee, aber nicht. Ja, Mann. Oh, fuck! Was passiert, wenn ich das mal? Da kommt der Andruckbine. Ich glaube. Vielleicht haben wir noch ein Tricks, eigentlich. Oh. Oh, so einen Typen haben wir unten. Von dem her ist schon nicht so schlecht. Wir leben bei der Nacht. Und wir leben bei der Nacht. Oh, oh, oh! Wie soll ich da weg? Na, Moment. Ich möchte diese... Aber dann sollten wir da weg, ja? Sehr gut. Achtung! Bleib unten. Ich hab keine Knappel oben. Siehst du, ich hab wieder zwölf Heker nutzt. Ja, du hast schon recht, ja. Du hast recht. Was lustig ist, weil du nix kriegst nämlich. Und du hast da war natürlich auch auf A. Mysterious. Auf ins Einsatzgebiet. Ja. Eine Probe. Machst du den? Na? Auf die Probe oder auf den Dupen? Den Dupen wär besser gewesen. Und der ruft der Hospital an. Ja, guck jetzt, ja. Oh, jetzt ist er. Sure. Okay. Gut, du nutzt nur den. Das kann man fern von mir machen. So, Prost. Und links rechts in uns. Heve den. Den knapp. Ja, wir machen mich unter. Ja, wir müssen uns unter. Ja. Wir müssen eine A. Mitigen müssen wir sehen. Mitigen können wir sehen. Ich muss ein bisschen Ja. 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 wir müssen leider ins Gefecht rein ja, das gibt's ja dann was machen lassen da kommt da ist ja weißt ja wer? wo? du musst dir aber 저 zweite so einen volllassen Da sollte er ein bisschen mehr schießen. Ja. Bitte nicht. Ach. Ich mach alles raus. Sehr gut. Er hat es verstanden. Passt. Sehr gleich. Geh um. Dann drehe dich um. Dann wird der Feinde kommen von hinten. Vielleicht auch von vorn. Passt. Wir haben Wechseln. Gut. Was? Und ich fang sie auf. Wo müssen wir hinter? Forb hier. Oberflinzeug. Über Sicht. In die Richtung auf jeden Fall. Ja. Oh, ein bisschen Apfel zu. Nö. Dann hat er den an Bord. Mit einem linken Gaster sieben. Wer steigt jetzt aus? Ich mache das. Okay. Evakuierung bestätigt. Shuttle im Anschluss. Ankunftszeit. Eben und Eingang. Hast du das geschützt? Eigentlich nicht. Das ist nur für den geschützt. Oh! Nichts passiert. Vamos. I fitnessen B2. Eben und Eingang. 35 oh fuck, da war doch noch höher die Köln die Köln tut er gut gut gemacht das hat er gut gemacht die Köln die Köln die Köln oh, schnauben ich glaube ich bin ah, Helden hinter bitte Hilfe so, sehr warte mal, warte mal warte mal ich bin weg ist das bitter ist das bitter ist das bitter ich bin so unhurt ich bin so unhurt scheiß scheiß aber genau in deinem Moment war uns vorhin zu ziemlich gut gemacht voll geil voll geil voll geil war cool, ja aha geil du dreist Pronunciation lista blöcher in geschnitten kurs community das wollte sie richtig gut er war stark jetzt Jey, 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 und jey. Gott gemacht, woher. Na schau. Na schau. Danke, so lüses. Türen an, wie so was geht. Warte mal, ich will Zeit für einen Besseren. Ja, der Bessere haut schon ziemlich rein, das ist schon nicht schlecht. Gut. Der Abklingzeit sämtlicher, oh ja. Ah, das ist auch geil, ja. Nachher ist beim Auswahlgerät, was wir haben. Gut, ich will es jetzt schon. Erst jetzt. Ich muss da auch schnell hinschauen zur Waffenkammer. Habe auch zwei solche Geräte. Ob ich irgendwann mal in eine neue Waffe investiert? Nein. So. Oh, einer nunmehr dann heute die Beste. Du könntest da was geschützt. Oder ich warte noch einen ab und dann habe ich den besten Exo-Anzug. Exo-Anzug. Da weiter oder woanders? Da weiter. Kratz. Kratz. Mordjahrneut. Nein, es wird Haldus oder so. Kalte Temperatur, geil. 500 EB Zusatz. Oh, wie viel müssen wir nun bringen? 220. Oh, scheiß. Da muss ich mit meinen eigenen Worten so sagen, das ist unbekannt. Auf die Stationen. Ah. Die Mission beginnt. Was hat denn der coole Sorte? Oh, der ist geil. Das war so ein Lasergewehr oder so. Der habe ich mir auf den Kopf. Das war die Alternative zu Liberator, glaube ich, im Augenblick. Drei. Geil. Kackelkügelchen, ja. Drei Kackelkügelchen. Böds. Böds. Oh. Verteidigungsvorrat im Anzug. Bereithalten. Ausrüstung ist unterwegs. Ausrüstung ist unterwegs. Verteidigungsausrüstung drin. Ein. Werfen Ausrüstung ab. So, das ist jetzt wie ein Minenfeld. Okay, ihr halt noch unten. Wir haben schon noch einen. Ja. Oh, ist erledigt. Hast du schon? Wow, keinen Fall. Mein Name ist wirklich so, wenn du einiliśmyst. Ein Exhaust nicht vidare, aber für jeden Fall, was wir das Ganze Nein- Brazzi Einiger Mann ist auch untertitelt. Oh, Kinder. Das war er 40, ich hab das gedacht. Geht ihr unten schon? Wir müssen es möglichst wenig drehen lassen. Ja, dann immer ein bisschen überbreit gehen. Oh, das ist Luft, huh? ... ... ... ... ... Dann haben wir uns durch die Kranse, yeah, yeah, yeah. Fuck! Das ist gut weg. Oh, das ist gut weg. Oh, die Exo ist weg? Das bleibt. Wir feiern sich nicht. Das ist es doch. Das ist es. Ach so, das ist es doch. Das ist es doch. Ah, da ... Der Doppel ist damit aufgestiegen. Oh, ja. Ich bin unerwiesen. Geht ihr, geht ihr, ist alles kein Problem. Ist alles kein Problem. Da du, da du, da du! Oh, verdammt. Oh fuck! Leider haben wir nur einen Exo. Ja, irgendein, gell? Ja. Oh, geht's jetzt nämlich haarig? Au! Überlebt, sauer. Jetzt müssen wir was machen. Ich kann nicht. Ich bin auch, posten. Ja, ich bin auch hin. Jetzt muss er machen. Gehen wir, gehen wir, gehen wir! Ja, gut, hat er schon. Oh fuck! Ach, er lebt noch, er lebt noch! Au! Gut. Ich, ich heile. Ich bin in der Bewegung. Ja gut, geht schon. Bis zum nächsten Mal. Wenn es stirbt, dann jetzt passt. Genau. Was ist denn das? Ich weiß nicht, ob das gut ist, ich bekomme jetzt. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Ich bin schon dabei. Das merke ich auch. Ja, ich weiß. Ich muss sowieso nicht auf die Matten da mitten einwichsen, weil da waren 100.000 Seiten irgendwie. Das hat sich schon ausgezahlt. Sorge! Ah! Nein! Nein! Der Kumpel hat schon angefangen. Das ist okay. Fuck! Nein! Ich glaube ich spinne. Oh shit! Der Peppertöme Mind Control-Wixer. Häh, es ist gut gegangen. Wir waren richtig stark. Entschuldigung. Die einzige Frage ist, ob es vielleicht schlechter ist, wenn zuerst nicht alle das Gerät nehmen. Den EXO. Und dass wir nachher noch einen haben. Mix. Mix. Okay. ... oder ... Zone. Aber eigentlich musst du es schaffen. Wir haben es geschafft. Nur ... ... sie haben es nicht mehr rechtzeitig. Sollen wir es zu zweit probieren? Nein. Ich glaube, das wird viel Sinn haben. Oh, nun war das sicherlich. Oh, du. Okay. Wie wäre es mit deinem Anspruchsfolgen irgendwo anders? Oder doch noch mit Anspruchsfolgen? Ja, ja. Möchtest du erst mal, Ben? Nö. 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 Airport Startsequenz initiiert. Auf die Stationen. Ich wiederhole. Auf die Stationen. Untertitelung des ZDF. Auf die Stationen. 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 Es ist klar. Das gut ist, die Munition kriege sehr fort. Sehr fort, ja. Das war ein Glück. Das war ein Glück. Was ist das? Das war ein Glück. Das war ein Glück, wenn du schützt. Hast du schon? Du Gotti? Entschuldigung, ja. Freund, ich weiß nicht, weil... Nein, das war eigentlich gern. Ich habe die Kanate voll drauf von deinem Scheiß. Boah, ich hab dich schon drüber geschmissen. Ja, ich hab dich schon drüber geschmissen. Nach unten. Das ist relativ gesehen. Will nicht einer die Munition haben? Ja, unten passt. Schauen Sie, unten und rechts halten. Ganz easy. Heiltempo. Ich setze ein. Es wird aktualisiert. Halt auf! Halt auf! Ach, das haben wir auch so. Das ist echt geil. Ich bin doch nicht immer zurückgelegt. Die Rekaufbahnhof ist da. Die Rekaufbahnhof ist da. Die Rekaufbahnhof ist da. Ich muss dich wiederholen. Ich bin nicht mehr im Tee. Du bist gleich wieder. Ja. Ich kann nicht mehr den Teufel links. Wirst du weiter noch? Der war noch. Der war noch. Die Barriere ist... Der war noch. Der war noch. Ah, f***. Ach, du hast einen Knacken hier. Ich geh wieder. Ich müsste wohl in eine andere Richtung laufen können. Ja, der ist gut. Fuck, er sieht an. Allerdings bin ich da nicht. Nein, er lebt da. Huh, geht da nicht. Oh, den hat er verdient. Hehehe, du musst du splatter in. Ja, okay. Mhm. Ich kann nicht so schnell. Aber du steig jetzt nicht raus. Nein, du musst. Unter kleinen Umständen. Und oben gefahren. Geh. Den leisen Approach. Probe, probe. .. .. ... Oh Gott, die was? Hm? So. Eyloquian. Kanan und Schwestern. Also found inside the foot of the hurt. Huh. Nice. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. Yeah. I'm sorry. Beschütze mich. Beschütze dich. Du musst mir sagen. Du hast eine einzige Schwachstelle, und das ist da hinten ein Abluftrohr. Ja. Genau. Ich steig auf dich drauf, wenn du da vor mir gehst. Da tu ich dir weh. Ja. 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 Du musst nicht mehr wegnehmen. Du musst nicht mehr wegnehmen. Du kannst nicht mehr wegnehmen. Ich habe eine Lecker drin. Ich habe eine Lecker drin. Ah, ein Old Trigger. Wir haben alles wegnehmen. Nein. Wieso werde ich da immer killt, wenn ich da eigentlich steige? Ich schalte ohnehin das Elektro-Ding jetzt voll. Das ist das komische kreisförmige Ding. Okay, vielleicht ist es sowas in der Protokolle. Ich weiß es, du... Ah, fuck! Ein Sein-Tropel. Oh, verdammt. Wow, ich bin dappert, ich bin dappert. Ja, wir haben da einen dapperten. Ich habe da eine kleine Treppe. Bitte wieder... oh mein Gott, oh mein Gott. So, der Hex-McCurl bleibt tatsächlich auch noch. Der Hex ist hinter mir gelaufen und ich bin jetzt nicht reingekommen und ich will da genau ein Ding vor der Tür. Nein, ist das bitter. Schmerkchen. Ja, schlecht war es nicht. Schlecht war es nicht. um der Herr Oma leutert du hast schon drei Forschungspunkte 2 2, oder warum auch 2? 2 Ich werde mal am meisten schütteln. Da bin ich echt ein bisschen stolz. Ja, verstehe ich. Suchst du die Patriot? Du bist schon weit vorbei. Du warst relativ weit oben. Aus irgendeinem Grund. Vielleicht rein zu so nachher noch. Sturmgewehr. Shotgun. Ah, das ist die Carabiner-Version. Äh, keine Carabiner-Version. Muhohoho. Okay, ja. So, wir körlöscher. Um 2, 1, ein Punkt hält man ja. Maschinengrä. Bra, 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 bra. Bra, 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 bra. Homma. Was war das? Minen. Humbl-Drohne. Was kann der nachher irgendwann mal gar nichts? Der kann eigentlich immer noch fliegen. Versteckte Ziele und Boden. Brauche ich nicht. Wurde ich nicht. Stattdich mir für den Luftschlag. Ich hab's nicht so gut. Ich hab's nicht so gut. Ich hab's nicht so gut. Der hat ziemlich gute Werte, ne? Überall zwei Drittel. Verfassung! Geil, lustig. Ja, cool. Machst du noch was vor? Ah, nicht mehr. Oh, schau, das ist schwer. Was ist schwer? Die Mission ist sieben. Das war schon die ganze Zeit. Echt? War das jetzt vorher auch schwer? Für das war es ziemlich leicht. Starten wir, tut die Maik. Dann haben wir viel Zeit, um irgendwelche Leute zu finden. Die Mission beginnt. Uuuuh! Alawak! Was ist hier? Ich hab noch mal eine Unterkadung. Sie sind sie schon zu tun. Was ist das? Was ist das? Ich bin hierher im Ausland. Ich bin hierher. Ich bin hierher, ich bin hierher. Ich bin hierher. Helldriver Notfallsignal wird übertragen. Oh, das war cool. Heute haben wir echt einen Glück gehabt. Das war sehr unangenehm mit den Leuten. Ich glaube, das war nicht der, was das Problem ist. Ja, das war nicht der, wie es normal ist. Oh, B. A. Helldriver Einsatz im K.A.B. Ha! Oh, das ist ganz groß. Ha! Da haben sie jetzt einfach so hoch geschluckt, bis ihr irgendwann, bis ihr nicht mehr rechtzeitig hinbekommen könnt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Oh, ja, 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 wahrscheinlich. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, warte. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Dann congrats's, aber ich habe mich auch morgen disagree yesterday. Hallo, dein Name ist in meiner Video. Oh, ja. Hey Es ist in meiner Zeit. We die, wir haben uns nicht mehr? Wuh? Oh Gott jetzt. Wir haben keinen Armour hin. Wir haben einen Shot vorher. Das war's für einmal, wenn man dumm ist. Na dann. Jetzt kommen wir uns mal Gegner. Oh, da hat er gerade einen Korone. Wenn der Gold ist, aha. Armour für den Entschossen. Genau. Nightbreaker. So cool. Übernehmen, der ist Kotlin. So, du richtig? Dann. Die legflokse habe ich gefunden. Was? Das legflokse ist. Okay, ich kann mich unten. Pippa. Uppe Zeit. Ja, ich leide da nicht. Uppe Zeit. Was sind wir wollen? Ich weiß, was wir machen, wir haben es nicht erlebt. Das ist kein Problem. Wo ist der Schass? Karton? Oh! Die sind nicht gebrochen. Die sind nicht gebrochen. Das ist nicht gebrochen. Das ist nicht gebrochen. So, gehen wir. Wohin? Äh, gute Frage. Darf ich jetzt ab? Oder geht's rein? Ich bin so nicht im Obe gefunden. Gut, gut. Wo bin ich auswischen worden? Wenn das schon einer wirft, dann würde ich es hohen. Ich würde es fixen. Angehend. Aber geil. Ja, schön. Aufrüttung ist unterwegs. Da wirft schon wieder jemand aus, was das macht. Pfff... Dommene Sau. Ich werde jetzt wieder drehen. Das ist ja wie jeder. Puh, blöd sich das. Das gibt's ja nicht. Oh, geil. Ah, mein Kanatenmobil. So, was ist jetzt mit... Drei Leuten im gleichen Schmäh ausgefilgen, wenn du denkst. So, Lorenz. Es wird Zeit. Jaaa, du Englisch. Waaah! Äh, du Englisch. Das war ja... H-h-h-h-h-ha-ha-ha. Enig. Ah, du Genie. Du, da können wir ihn eigentlich nicht. Du darfst es auch nicht. Ich hab sie da gestoppt. Oh, wie gut. Ab und nur aufhören wollen. Ich hätte nicht gesagt. Geil! Ich bin aufhören. Hier kommen wir auf den Blur. Der Wollens. Gain mit Snet of the Ayer. Oh, nein. Das ist so cool. Ja. Ich bin auf dem Blur. 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 Das wird nicht nur genug gehen. Was denn? Geht bei dir nichts? Wir müssten alle auf der Seite anfangen. Die Seiten. Bessern unsere Feinde, glaube ich. Hochkampf. Hochhilfen. F***! F***! Ich hab... Weil ich den scheiß Ding hab hab. Mein Gott! So, die Kollegen sind mit der Reine auch hin, glaube ich. Wann ist das den Scheiß? Ich hab' den Scheiß. Oh, der war halt gerade geil. Schau sie. Wie kannst du denn nicht beenden mit herlaufen? Ich glaub' einer lebt sogar noch. Ja! Bitte weitergehen! Ach, er heilt dich. Er heilt dich. Wo kommst du? Hm! Ich könnte ihn nicht mehr aufhören. Das ist gut, er ist zum Schiefwahrer und auf Platz gewesen. Der war über den Schliff. Mann weiß nicht, das war der Schliff. Und ich kann ihn nicht mehr aufhören. So, ich hab' einen Teller gefunden, im Schliff. Ich bin nur auf der anderen Seite, nicht auf der anderen Seite. Oh, so gegangen da auch. Evakuieren! Da ist der Evakuierung und der ist schon mal nicht drin. Evakuierung bestätigt! Shuttle im Anzug! Anzug, oder? Oben ist auch da. Nein, man hat die Wiese. Ich nehme einen Exo. Das ist cool, dass der das so rein kann. Das ist geil. Ja, das ist ein kleines Erachtens. Wo ist er denn? Ja, das geht nicht. Das ist ein kleines Erachtens. Ich gucke mich auf hier! Ich gucke mich auf hier. Oh. Oh. Verteidigungsvorrat im Anschlug. Ankunftszeit T-15 Sekunden. Kreis Anlongebiet 1 T-10 Sekunden. Obst. Ankunftszeit T-5 Eikongebiet 1. ... ... Ganz arg. Vollkommen. Mit so einer erfolgreichen Invasion. Das war das genau. Im Rente gehen. Ja. Ein oder eine halbe Jahr wieder nicht spielen. Sie haben gefragt, was das war. Ja, man hört jetzt vor, komm ich jetzt vor. Yes! Richtig stark. Haupt reicht. Ah, irgendwas. Geil. Ziemlich geil. 1471. Der Erfolg gibt mir recht. Der Exo ist das. Ich weiß ja, der war zu früh. Allabag 7 erobert. Ja, der Exo ist super, weil du brauchst... Ich bin noch einmal gespannt. Echt? Du kannst einen Haufen killen. So ist es. Nein, der ist super geil. Ich halte mich immer aufwärts für den Schloss, weil die den kommen. Aber das ist voll geil. Ja, dass ich... Was willst du den Schloss jetzt auch passen? Ich komme lange seit du mit. Ich glaube, diese coolen Sachen kriegt man erst bei schweren Dingen. Hm, das ist das Problem. Was bietet er? Schildgeneratorpaket. Das da. Hucksack, was heißt das? Das gefällt mir generell. Einmaliger Gebrauch. Und wie lange ist es dann? Bis er abgebrochen ist wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Du, ich will das nicht mehr stellen. Scheiß Luftschlag. Ja, der Luftschlag zahlt sich nicht wirklich aus. Das muss ich selbst sagen, ja. Den brauch ich nicht. Und wenn ich den Test dann nachher nehmen kann, zwischendurch einmal... Oh, das stimmt, ja. Hast recht. Hast recht. Cool ist das, ja. Sonst, sonst... Ein Punkt. Komm ich nicht rein. Und dann... Ist die Tauer schon länger. Doppelt so lang. Oh, weißt du was? Und dann... Wenn das so ist... Ah, okay. Ich bin nicht so. Ich komm jetzt. Ach, komm. Ja. Du hast die verbesserte persönliche Energie. So kann sich das Schild schneller mit aufladen. Coole Sache. Ja. Ich hätte gesagt... Du investierst. Das ist dann zum Beispiel super, wenn du noch etwas verteidigen musst. So ist es auch. Das stimmt. Geil! Perfekt. Dann brauchen wir es, oder? Wie gut, dann fahren wir es. Ja.